Was ist die Artikel? Ja, muss schauen, dass man einen Überblick behält. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Wir liegen noch in der Zeit und ich hoffe, dass es bleibt. Also hier müssen noch gekauft werden. Dringen wir gleich auf Mars. Zwischentitel werden wir noch irgendwo einbauen müssen. Der hier ist ein bisschen lahm, finde ich. Sie sagen, das wäre der Arbeitstitel dafür. Das war wieder einmal super interessant. Das ist eine Sache, die ich total befürworte und die ich auch wirklich gerne mache. Ein Lehrer hat schon einen anstrengenden Job, muss ich sagen. Das ist natürlich ein anderer Rahmen. Das Ganze ist sehr spezifisch. Die Leute sind teilweise dann auch überfordert, weil sie wirklich im Berufsleben plötzlich stehen und unter Druck arbeiten müssen. Das kriegen wir auch jeden Abend zu hören. Also wäre der Job was für euch? Ja, wenn der Druck nicht wäre, ist halt was, wo die jungen Leute reinwachsen müssen. Aber ansonsten super Geschichte. Also jedes Jahr immer wieder gerne. Also wenn du sagst, das ist die wichtigste Aussage, die wir hier in dem Ding haben, die verpacken wir da oben. Also wir schreiben jetzt gerade hier an einem Artikel, haben den auf Maß gebracht, der war zu lang, musste gekürzt werden. Das ist auch immer so ein Ding, wer kürzt schon gerne seinen Artikel. Haben aber jetzt hier geschafft. Die Cleo hat das super gemacht, hat das Ding auf Maß gebracht und jetzt suchen wir noch verzweifelt in einem Titel. Aber in einigen Sekunden ist es soweit. Ich schreibe noch den Artikel fest. Ich mache einen Artikel über Geld im Sport, wie das ihn beeinflusst. Und dann habe ich den Sportjournalisten vom Grenze schon gerade gefragt und schreibe noch seine Aussagen dazu. Macht ihr aber den Spaß heute? Ja, es macht schon Spaß. Aber es geht noch. Und nicht so stressig? Nö.